Dein rechner ist schrott ich bin drauf ich auch ja bei mir ist immer noch warum hängt er sich so ich bin glaube ich gleich da ich will jetzt auch so jetzt aber herzlich willkommen zurück zu let's play mit nick thomas gert und mir hallo was ist das denn für eine karte das ist eine shopping mall ja das sehe ich und landes erst mal in einem riesen waffenladen wo es alles zehn mal gibt ja du kannst die waffen an der wand nicht nehmen genau ach so wir sind nur zur deko da und das ist doch von payday 2 ja das müsste payday sein ja das ist payday 2 das lustige ist die rolltreten funktionieren nicht unglaublich gott ego dass die karte nicht groß ist nichts könnte sich ja richtig leisten naja mit vier käufern nur da wird das nix wer ballert hier die blumen gefallen bin ich das war schon ich war hab geschlossen la 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 geh mal auf die darmtrete geh weg kackst du wow hamburg city hey geh doch weg wenn ich hamburg city ruhe pass mal auf wir können ja ne das hatte ich nicht vor ja warte mal geht das wieder warum finde ich hier keinen stuhl weit schießen ja warte mal was passiert wenn ich da jetzt eine h e rein werfen ja machen wir mal aus lasst mal warte okay die hatten etwas größeren radios aber alle noch gesund ich habe noch 95 also die hau die hau ganz ordentlich rein geschossen der gerd ist am shoppen wie soll ich den shoppen wenn ich mich bewege du bist du warst am shoppen zu dem mann übrigens nick dann dein trick funktioniert übrigens nicht den letztes mal ausgedreht hast du kannst shoppen und dabei in alle richtungen laufen aber nicht gucken nee gucken nicht deshalb ja auch maus bewegen ja weil dann wenn du die maus dann nämlich bewegst und du bewegst deinen kopf aber nicht dann liegt es daran dass er deshalb funktioniert der trick wohl dass man während des shoppens laufen kann weiß ich sollte man auch eigentlich ja rumstehen ist eigentlich immer so ein zeichen für shoppen warum stehst du romaio also Thomas dir gefallen die stühle nicht kann das sein was macht ihr da hey hey das schmeißt du in meinem stuhl daher gerd hat gerade maio erschossen hat Das war's für heute. hmmm die waffe war gut gibst du mir selbst auf die entfernung noch direkt den schrott mit der plasma auf die entfernung mit der waffe ist mir voll gegeben direkt ich konnte überhaupt nichts machen ich konnte nicht mal mehr was sagen ich bin direkt umgefallen und dabei standest du ja schon einige meter weg mich hat der dreichsack aus nächster nähe erledigt vor allen dingen hat nicht funktioniert ich bin voll enttäuscht in dem waffen shop steht schon ist so eine figur und ich verstecke mich da die ganze zeit ja und müssen sogar zwei figuren passen schade das kavier geht nicht moment hier ist noch hier ist wieder gert und hier sind auch wieder die stüge jetzt warte mal wie ein boom 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 boomerang ich gehe mal in das war la 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 ja gut und dann einfach genau du musst nahe genug am stuhl dran sein weil ich schieb die dann immer nur weg na rechts einmal rechtsklick und dann kannst du hier ist das alles klar bei dir ja läuft der dahinten steht wer war das weiß nicht mario oder thomas das weiß nicht mal da durch danke du wirst du wirst du wirst die fl seguro nicht weg das weiß nicht mal durch danke die ist zu ungenau ich bin überhaupt kein arsch doch du hast mich erschossen ja das hätte ich aber praktisch ist bei der map du kannst halt überall nicht durchschleichen und stehst dann nicht immer direkt vorne ja das gefällt das gar nicht gemerkt ich fand das so geil ist der nick steht vor dir und gut schießt sogar noch daneben und nick dreht sich nicht mal weil ich hab halt auch noch die he geschmissen hatte hatte gehofft dass die was bewirkt hat nicht wirklich was bewirkt das ist wohl wahr ach hier unten ach geil hier sind ja sogar zwei waffen shops einmal oben und einmal unten geschäft das ist ja ein bisschen überdimensioniert da komme ich habe kopf gerade mal an die herzplatte er ist nicht gewusst wenn mal jemand runter kommen aus regnet schon wieder rein ja ich bin jetzt unten ja wo bist du bin ich bin ich bin ja dann komme ich zu dir ja warte mal du bist da hinten das ist das ist bestimmt so ein kannibalen herr unter und dann ja also ich finde ja auch die matratzen sind hier sehr gut was steht hier naja gut der herd ist halt für sehr große leute ja zwei meter männer und so finde ich mindestens wie krieg ich den chat wieder weg zu ja was denn a geschrien glückwunsch hehehe boah das ist voll geil na nik was geh raus komm tisch ab tisch ab tisch auch nicht ab wenn du schießt ah ja hallo was macht ihr jetzt da hallo wer ist der bitte ihr ich bin dann woanders ich hab nur das glas kaputt gemacht damit ich dich sehe du machst die glas scheibe kaputt ah ja komm ich komm auch zu dir guck mal da kannst du meinen namen jetzt besser lesen komm 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 ich kann dich wegschieben ja ganz gut ich räum mal die kirche oben Wunderbar, ey. Wunderbar, ey. Komm, zisch mal ab. Was machen die da hinten? Ich wollte mich da jetzt verstecken, hier so. Denk ich nicht, dass da hinter mir jemand ist. Ich sorg gleich dafür, dass du abzischst, ey. Du musst halt nicht hoch. Der Stuhl. Lass mal! Äh... Was hast du denn da? Der räumt um. Ey, das macht mir Schaden. Oh, mir auch. Irgendwer hat gerade fett auf mich geschossen. Äh, ja. Da ist voll die Wand rot. Also ich war das definitiv nett. Oh wow, der Rechner hier. Wer? Gerd? Nein. Ich habe noch 100 Schuss. Willst du das kontrollieren? Ich werde jetzt ganz bestimmt nicht die Waffen voll in der Nase aufnehmen. Ja, ich bin mir fast sicher, dass du das bist. Nein, ich droppe die Waffe. Ich droppe die Waffe. Dann kannst du nachgucken, ob ich 100 Schuss hab. Ich muss meine dann aber auch wegnehmen. Ich bin aber doch dann unbewaffnet. Na, weil wenn du was im Traitor-Shop hast, bist du doch nicht unbewaffnet. Haha. Ich trau' denen da hinten nicht. Ich trau' hier niemandem mehr. Hallo? Denik hat aufm... Achso. Keine Muni mehr. Alle, alle. Ja, alle, alle. Alle, alle, Kamerad, alle. Der ist jetzt sogar im Kino, Alter. Scheiße, ich hab keine Muni mehr. Dann such dir eine neue Waffe. Hallo, ich verkauf Kinokarten wie jemand. Äh. Wieso funktioniert die Rolltreppe denn jetzt auf einmal? Wer da? Sag mal. Cool. Decke. Decke ist undicht. Ist hier öfter undicht. Ey, lass mich. Hä? Gerd, 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 lass mich. Wer schießt hier so? War, 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 war. Ja. Lass mich. Gerd, zisch ab. Ist es entweder Mayo oder liegt die da rumballern? Wie hält ihr euch denn jetzt schwer? Ja. Gut, dass du mich gleich mit ausschließt. Nicht gut. Was? Boah, die Rolltreppe ist ja schon zu schnell. Hier ist das Kino. Irgendwo hier. Wo? Ja, ich hab das Rad gefunden, Gerd. Gerd ist bei mir. Gerd, was hast du da? Warum hast du den? Ist das, ist das... Bleib mal leise, Mann. Ja, hätt' ja klappen können. Ja. Ah, mir gefällt die Waffe, ey. Hätt' ja hätt' die Fahrradkette. Der Gerd hat nämlich auch in dem Laden auf mich geschossen. Nein. Die Waffe, die find' ich mega geil, Niklas. Na dann? Nein. Welche? Ich hatte wirklich noch komplette Munition. Weiß ich nicht, soll ich denn nicht? Aber der Schneeball hat schon wieder versagt. Sau. Tja, Gerd. Zu oft benutzt. So, ich bin gegen Greenpeace. Ich klau den Blumen jetzt eher so Töpfe. Die Walther ist auch scheiße. Oh, ich bin voll der, voll der Vandalist hier in Hamburg. Der ist auch scheiße. Blumentöpfe kaputt machen. Hier sind Autos. Wird jemand ein Auto? Nein. Ich mag keine Matchbox. Oh, die Waffe hat Tuberkulose. TWC9. Ne, gar nicht, weiß. Ne, TEC9. Ich nehm' alles zurück. Gibt's hier auch vernünftige Waffen? Ich hätt' hier gern so ne Kanone. Das wär so als Traitor-Waffe geil. Ne, wenn da hinten einer steht und du zündest hier mit eh die Kanone. Das stimmt wohl, ja. Ich will keine Shotgun. Warum geht's die überhaupt für mich? Mir gefällt sie. Keine Shotgun. Die Shotgun ist doch voll gut. Ne, mag ich nicht. Echt nicht? Ne. Okay. Entweder das ist jetzt ein Fahrer oder es funktioniert. Ich hätt' gern hier die Armbrust, die hier an der Wand tankt. Wie habt ihr Pissbacken eigentlich die Rolltrucke dranbekommen? Alter, geil. Achso, in denen man draufsteht. Hier gibt's ein Aufzug. Ich hab' geschossen. Nochmal. Wollt grad sagen, er hat geschossen. Hier ist ein Schlagzeuggeschäft. Hier sind Knöpfe. Hier sind Knöpfe. Hier sind Knöpfe. Hier sind Knöpfe. Da steht Do Not Press. Ich kann die auch nicht drücken. Du sollst ja auch pressern gehen. Du weißt auch, warum Do Not Press draufsteht. Nicht das? Nicht das? Ja, was ist denn? Da ist aber die gute Shotgun. Die Premium Shotgun. Die, die richtig Schaden macht. Mann, meine schöne Waffe gibt's hier nicht. Maiho macht irgendwas kaputt. Jo. Ah, Licht. Licht? Ja, es ist grad Licht angegangen. Es wird heller. Ja. Aber ist die ganze Zeit Licht? Nein, es wird heller. Ja, weil das Gewitter weg ist. Soll ich mal einen Diskumulator werfen? Hier noch. Irgendwo die ganze Zeit grad Scheiben kaputt. Oh, eine Spielhalle. Packman! Jetzt sind es auf einmal alle... Ah ne, da ist Gerd. Guck mal, Diskumulator. Ich trau dir nicht. Weiß gar nicht, warum du wegrennst. Hey. Achso, schon wieder Spiegel, alter Scheiße. Hier gibt's Rechner. Will jemand einen Rechner? Aha. Ich hab geschlossen. Der schaut nicht so gut aus. Ich habe geschlossen. Garo. Wer lebt noch? Alle. Glaube ich dir irgendwie nicht, so Niklas. Weiß nicht. Ja, dann ist das dein Pech. Boah, das ist voll ungewohnt, dass der den mal Niklas nennt. Ach, ich hab nicht mal getroffen. Nicht mal... Fetzal. Ich muss mich echt dran gewöhnen, dass... Ja, irgendeiner ständig Niklas sagt. Habe ich eigentlich mit der Plasma Schaden gemacht? Äh, ein bisschen ja. Habe ich dich direkt umgelegt? Nein. Aber Nick, mit mir hast du nicht gerechnet, dass ich da aus dem Fahrstuhl komme, ne? Hä? Du hast nicht damit gerechnet, dass ich da gerade aus dem Fahrstuhl rauskomme, ne? Ne, ich hab tatsächlich nicht damit gerechnet, dass du da hinten um die Ecke gehst. Ich stand auch nicht, ich bin grad nicht, als du... Es ging gerade die Aufzugtür auf, da hast du Gerd umgelegt. Hä? Ich hab das gar nicht... Hä? Bei mir... Hä? Du standst da einfach nur da rum? Das war ein Fahrstuhl. Ach doch. Der funktioniert, hab ich auch gemacht. Habe ich... Ah, ne, doch nicht. Oh, was war das? Oh, was war das? Ich hätte gern Waffen... Warum komm ich nicht ins Sexkino? Wo ist Sexkino? Hier hinten? Wer ist das? Das hab ich doch vorhin... Ne, da kommst du rein, hinten rum. Da bin ich doch vorhin drin gewesen. Aha. Ich hab doch erzählt, aber ich hab's nicht gefunden damals. Irgendwie hier. Dann da hinten... Ne, achso, mei, doch. Naja, lieber umständlich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh. Mikrofon muted. Gut gemacht. Post. Ah, wen haben wir denn da? Das ist... Mayo. Ach, Mann! Ach, Bolle! Mann! So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen bei... Let's Play TTT! Haha! Wir freuen uns über eure Unterstützung. Tschüss! Tschüss! Tschüss!